Ja, Hallihallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Ja, heute haben wir das schöne Thema, ja, das Leben zwingt mich, eine Entscheidung zu treffen. Kennen, glaube ich, viele, sehr viele. Und vorab nur, ja, gibt eigentlich nur zu sagen, der neue Kurs Spiritualität und ein nice, geiles Leben geht am 15. Dezember los, ansonsten, ja, liebe Chip-Extreme sind zu Ende und danke für euer Teilnehmender dran und ja, dann schauen wir mal. Ja, das ist eine Nachricht von Maritschka und sie fragt, Hallo Christian, ich bin in einer sehr verzweifelten Lage und weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich führe seit einigen Jahren eine Fernbeziehung. Mein Freund hat ein Unternehmen übernommen, was sehr stressig war. Er hatte circa anderthalb Jahre wenig Zeit für mich. In dieser Zeit habe ich in meiner Heimatstadt einen Mann kennengelernt und mich verliebt. Ja, also ich mache mich jetzt ungern wieder wiederholen. Keine Dreiecke und es ist auch aus meiner Sicht, egal welche Rolle es in diesem Dreieck gibt. Es gibt in diesen Dreiecken gibt es ja auch immer einen, wie soll ich mal sagen, der scheinbar davon profitiert, von diesem Dreieck. Also in diesem Fall profitierst du davon, weil du scheinbar nicht allein sein willst. Auch vielleicht ein bisschen die Männer warm hältst hier, wie sich das gleich, glaube ich, in der Meldung ein bisschen. Das ist jetzt keine, du hast ja auch drum bewegt, nicht sowas jetzt nicht moralisch bewerten, tue ich auch nicht. Also es ist auch eigentlich keine Bewertung. Also jeder kann hier machen, was er will. Es hat nur alles Konsequenzen. Und das ist eben auch diese toxische 3D-Beziehungsebene, die du hier bespielst. Ob das jetzt eine Opferrolle ist oder eine Täterrolle oder wo du dich da siehst, ist das eigentlich wurscht. Aber es ist halt Kuddelmuddel. Und Kuddelmuddel führt zu Kuddelmuddel. Und ja, und es ist halt, also diese Mail ist so ganz typisch eine Sache, was ich immer wieder höre, was ich auch schwierig finde zu beraten. Weil es wird eigentlich immer wieder gesagt, ja, ich bin in der und der Situation und ja, die und die Situation hat die und die Folgen. Zum Beispiel, dass es mir jetzt schlecht geht. Und dann sage ich, ja, dann musst du rausgehen aus der Situation. Und dann wird gesagt, ja, ich kann aber nicht. Dann sage ich, ja, dann musst du akzeptieren, dass es dir weiter so geht. Und dann wird wieder gesagt, ja, ich kann aber nicht. Und dann kommt man so ein bisschen schnell ans Ende, weil, also ans Ende der, was man so sagen kann, weil diese Entscheidung, ob ihr eine toxische Situation in eurem Leben auflöst oder nicht, die könnt nur ihr treffen. Also das Universum führt euch an so Entscheidungspunkte. Und die sind nicht angenehm. Die sind, glaube ich, für niemanden angenehm. Also egal, wo man sich da befindet jetzt. Aber wenn sie nicht unangenehm wären, würde man halt diesen Entwicklungsschritt nicht machen. Aber gut, lesen wir mal weiter. So, ich wollte mich oft trennen. Also ich vermute mal von dem in der Heimatstadt jetzt. Da das Leben mit ihm nicht das ist, was ich mir eigentlich wünsche. Habe es aber nie geschafft, weil ich doch sehr viel für ihn empfinde und nur mit dem Trennungsschmerz nicht klarkomme. Ja, aufgrund deiner Schwierigkeiten, allein zu sein oder mangelnde Trennungskompetenz, ziehst du jetzt zwei Männer in so ein Dreieck. Aber die machen ja auch mit irgendwo. Also zumindest einer von beiden scheint es ja zu wissen. Aber die Dreiecke sind halt toxisch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Dazu kommt, dass die Beziehung zu meinem Freund, Fernbeziehung, schon länger körperlich auf Stillstand ist. Ja, also... Aber gut, lesen wir mal weiter. Das heißt, ihr habt eigentlich... Also ich meine, ihr habt noch ein Commitment, aber ihr habt eigentlich keine Beziehung mehr. Also eine Beziehung ohne Sex ist keine Beziehung. Also... Es sei denn, es geht aus irgendwelchen körperlichen Gründen, geht das nicht. Aber... Sehr gut. Er meint, es lege an dem ganzen Stress durch die Arbeit. Ja, Fakt ist aber, dass es nicht das passiert, wofür eine Beziehung auch da ist. Das ist Sexualität. Klar, nervt sich das. Nun hat er eine Wohnung für uns eingerichtet und ich soll zu ihm kommen. Er macht ganz viel für mich, will für uns kämpfen und ich hätte dort... Wenn wir das Körperliche wieder hinbekommen, war ein sehr schönes Leben. Ja, aber wie... Das ist immer alles so... Aber wie das Körperliche ist... Also wer soll es nicht wieder hinbekommen? Jetzt, er schläft nicht mit dir. Also wieso kümmert er sich, wenn er sich so kämpft, wieso kümmert er sich nicht darum? Und es ist auch viel wichtiger als dieses Haus. Also das... Ich weiß nicht, ich habe darüber mal gesprochen. Ich würde da sagen, hey, das ist doch viel wichtiger, als wir das wieder auf die Kette kriegen. Also... Und das ist... Wie lange ist das jetzt schon? Offensichtlich ja auch schon länger. Also da fragt man sich natürlich, wieso hältst du überhaupt daran fest? Also... Das ist jetzt nur in deinem Kopf, dass du denkst oder dein Ego denkt. Das hätte jetzt da ein schönes Leben. Aber deine Emotionen oder deine Intuition oder ein höheres Selbst sagen vielleicht ganz andere Sachen. Aber da musst du in dich reinhören, was wirklich für dich das Beste jetzt ist. Weil deine Emotionen sagen dir das letztlich so. Oder sagen wir mal jetzt nicht diese Hormon-Emotionen, aber diese intuitiven Emotionen. So, auch muss ich aus meiner Wohnung raus, um in die neue Wohnung zu bekommen. In deiner Heimat, glaube ich, und in deiner Heimat zu bleiben, bräuchte ich Arbeit. Leider ist die Vorstellung der möglichen Arbeiten hier, Callcenter etc., der Horror für mich. Habe eine andere Ausbildung, verdiene aber kein Geld damit, weshalb ich den Arbeitsvertrag gestern nicht unterschrieben habe. Und wenn ich mich eigentlich für meinen Freund damit entschieden habe. So, was hier überhaupt nicht vorkommt, ist... Da muss ich dich jetzt darauf hinweisen, ist auch keine moralische Bewertung. Dass du deine Entscheidung aufgrund von pragmatischen Dingen triffst, nicht aufgrund von Emotionen. Also ich höre jetzt nicht, ich liebe den einen mehr oder den anderen mehr, sondern das eine ist unpraktisch und das andere ist auch unpraktisch. Aber was hat das mit Liebe zu tun? Also das ist da, wo du eigentlich ein bisschen diese beiden Männer benutzt, um nicht, weiß ich nicht, bestimmten Sachen mal ins Auge zu gucken, dass du entweder, ja, vielleicht, wenn du in der Stadt bleiben willst, musst du halt in Callcenter. Aber auch das ist ja Mindset. Also zu überlegen, okay, was kann ich machen, wenn ich da nicht arbeiten will. Also anstatt, dass du da so einen Plan machst und das Leben für dich auf die Kante kriegst, versuchst zu überlegen, welcher Mann dich da am besten rausholen kann. Und das ist, glaube ich, alles menschlich, aber, ja, und das Leben bringt dich jetzt in so eine Zwangssituation, weil das Leben will, das Universum will, dass du dich weiterentwickelst. Und, ja, und das ist bei allen so, ob man jetzt in einer toxischen Beziehung am Boden liegt, also das Universum oder dein höheres Ich führt uns in Situationen, wo du nicht anders kannst, als dich entwickeln. Und du musst jetzt irgendeinen Absprung machen, also entweder, aber das würde ich nicht an diesen Männern festmachen, weil offensichtlich hast du zu keinem mehr so richtig heftige Emotionen, außer Angst, allein zu sein. Sondern überlegen, ja, wo, welcher Stadt will ich eigentlich sein und wie kriege ich das jetzt hier auf die Kette. Das hat aber, also die Männer sind da eigentlich nur Beiwerk. So, nun schwank ich wieder um und kann mich von der Beziehung hier in meiner Heimat nicht lösen. Er leidet auch und will klare Verhältnisse. Ja, das ist jetzt seine Story, warum er das mitmacht. Also du bist ja quasi hier so, eigentlich bist du im Minuspol hier so, aber ist jetzt auch keine Bewertung. Es kommen jetzt diese Woche noch mehr Mails, finde ich auch mal spannend. Ich kann mich aber nicht durchringen, die Fernbeziehung zu beenden, weil ich ja eigentlich von dem Ganzen drumherum dort glücklich werden könnte. Und wenn wir auch wieder richtig zueinander finden, auch so. Ja, aber das sind alles nur Sachen, die in deinem Kopf stattfinden. Was sagt denn deine Emotionen? Was sagt deine Intuition? Deine Intuition sagt doch, dass es da oben, dass deine Fernbeziehung eigentlich, also ich höre raus, dass du die eigentlich nicht mehr willst. So, und ja, dass du nur denkst, das ist praktischer da oben. Aber du kannst auch jetzt nicht Beziehungsentscheidungen treffen aufgrund von, was ist praktikabler. Also vielleicht hast du sogar zu dem in deiner Heimatstadt da mehr Emotionen. Aber geh aus diesem Dreieck raus und versuch deine Arbeitssituation unabhängig von diesen Männern zu regeln. Das sind ja auch alles nur Mindsets, dass du unbedingt das und das musst. Das sind wahrscheinlich, letztlich sind das auch, denke ich, limitierende Glaubenssätze. Oder selbst wenn du das musst, dass es so schlimm ist. Das weißt du ja alles gar nicht. Ich muss nur schnellstens handeln und bekomme es nicht hin, da ich unfähig bin, das hier in meiner Heimatstadt zu beenden und in einer Fernbeziehung nicht Trauer aufzugeben, da für mich so viel dranhängt. Ja, weißt du, dass ich meine, es ist okay, dass du dir Rat suchst, nur diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Wer soll dir das raten? Ich kann nur sagen, dass du nicht diese Männer irgendwo, also du musst, also ich weiß nicht, du kannst auch nicht zum Mann ziehen, nur weil es praktischer ist, weil der jetzt eine Wohnung für euch hat, weil du aus deiner Wohnung raus musst, aber den liebst du unter Umständen gar nicht mehr und ihr habt keinen Sex mehr. Das funktioniert nicht und das Leben, Universum führt dich jetzt an diesem Punkt, wo du wirklich auf so eine krasse Weise mal für dich einstehen musst. Und das ist genau so, wenn mich Leute immer sagen, ja, ich kann mich nicht trennen, aber ich leide so in einer Beziehung, was soll ich machen? Ja, sag ich auch mal, ja, ich kann dir die Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen, die kann ich niemanden abnehmen, also nur, was ich aufzeigen kann, spiegeln kann, ist, wenn man XY weitermacht, bekommt man, also wenn man das weitermacht, was man bisher gemacht hat, bekommt man halt weiter die gleichen Ergebnisse und wenn ich neue Ergebnisse bekommen will, muss ich neue Sachen machen, das heißt, du solltest auf jeden Fall das Dreieck auflösen und offensichtlich sind die Emotionen ja nicht da für die Firmbeziehung und dann, ja, kannst du doch nicht da hinziehen, nur weil er jetzt eine Wohnung hat irgendwie. Aber gut, ich weiß, dass ich große Fehler gemacht habe, haben wir alle und bitte um keine moralische Belehrung. Ja, also auch wenn sich das jetzt vielleicht manchmal so anhört, ist es keine moralische Belehrung, ist es einfach dein spezieller Weg und eine, wie soll ich mal sagen, eine Wegschalte, an die dich dein Universum oder dein höheres Ich jetzt geführt hat. Und letztlich kann ich dir das nicht sagen, ich kann nur sagen, offensichtlich, wenn du diesen Mann lieben würdest in der Firmbeziehung, hättest du jetzt sicherlich keine Nebenbeziehung und sicherlich wärst du da emotional ganz anders aufgestellt, weil, weiß ich nicht, wenn jemand richtig, vor allem eine Frau, wenn eine Frau richtig verliebt ist, dann würde ich keine Sekunde überlegen, ob es dir da hingeht. Aber selbst wenn du an der neuen Beziehung, also an der alten Beziehung arbeiten wolltest, in deiner, in der Firmbeziehung, kannst du nicht daran arbeiten, wenn du gleichzeitig eine Parallelbeziehung führst. Und der einfachste Weg, sowas aufzugeben, da rauszusteigen, ist eigentlich allen zu sagen, was Sache ist. Also ich vermute mal, dass der in der Firmbeziehung nicht weiß, dass er in einem Dreieck steckt. Und ja, dann sag das doch allen Beteiligten, was Sache ist. Und auch das würde die Situation hundertprozentig auflösen. Und wenn du jetzt sagst, das kann ich nicht, ja, aber es ist deine, du musst Verantwortung übernehmen für deine Situation. Und natürlich kannst du, du kannst dich entscheiden und du wirst es überleben. Also du wirst überleben, wenn du irgendwie einen blöden Job in deiner Heimatstadt machen willst. Du wirst es überleben, wenn du dich irgendwo trennen musst. Das ist ja nur im Kopf, dass man das alles nicht schafft irgendwie so. Und vielleicht kannst du ja auch vor Ort jemanden suchen, mit dem du dann redest. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Ja, und wenn die Zeit drängt irgendwie, also in der Verhaltenstherapie sagen die immer, also habe ich zumindest damals so gelernt, weiß nicht, so und was so ist, bei so Entscheidungsthemen, ja, weiß nicht, würfel, würfel und mach das einfach, ne. Aber löst dieses Dreieck auf und du machst reinen Tisch jetzt in deinem Dreieck und du gehst in die Fernbeziehung und arbeitest dann mit dem und sagst dann aber hier als erstes Sexualität, alles andere ist und, weißt du nicht, schmeißt dich in den Fluss des Lebens in die Fernbeziehung. Oder du sagst dir, hey, das ist auch nur Mindset, ob ich unbedingt hier im Callcenter arbeiten muss oder nicht. Schmeißt dich in den Fluss des Lebens in deiner Heimatstadt und sagst, hey, das Universum wird schon irgendwie richten für mich, also sie sind ja alle nicht, ist ja nicht gegen mich und, also, aber was, also das Leben möchte von dir, dass du einfach irgendeine Entscheidung triffst und was nicht mehr gilt, ist keine Entscheidung zu treffen und das heißt, dass du dich irgendwo selber auf einer höheren Ebene in eine Situation geführt hast, wo du einen Entwicklungsschritt machen darfst und das geht, glaube ich, 98 Prozent der Zuschauer auf dem Kanal ja so. Also du bist da nicht allein mit und das ist total unangenehm, weil das zwingt dich jetzt aus deiner persönlichen Komfortzone raus und, ja, und das wird dir auf jeden Fall was bringen. Also mein Rat wäre, ja, einfach, also das Dreieck unbedingt aufzulösen und so und durch diesen, unter Umständen mit Hilfe, durch diesen Trennungsschmerz, der da durchgehen und hör auf dein Bauchgefühl. Was sagt dein Bauchgefühl? Das würde ich machen und für das andere, würde auf gar keinen Fall in dem Dreieck bleiben, weil oft du siehst, dass das Universum dir zeigt. Das ist nicht der richtige Weg, denke ich. Ja, gut. Immer schwankig. Dann offensichtlich gibt es ja mehr Emotionen in deiner Heimatstadt hier, wenn ich das so richtig sehe. Okay, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.